Kalt ist da herinnen, saukalt. Das ist die Air Condition. Die haben es wegen der Energiesparen auf 19 Grad reduziert. Dabei bin ich seit Jahren 25 Grad gewöhnt. Ich bin ja auch gewöhnt im Hemd zu arbeiten. Ich bin ja schließlich kein Heißblüter. Das ist ja wie ein Windkanal. Ungesund. Aber ich habe mir hier, schauen Sie, das ist meine Heizsonne. Die habe ich mir selber mitgebracht. Die gehört mir von daheim. Ich habe es mir praktisch nicht mehr leisten können, weil die auch verbratstronen. Das ist ja Wahnsinn. Und da im Büro kostet es mir nichts. Das ist ein Tipp von einem Kollegen. Nein, ist angenehm. Aber bloß wenn er ständig brennt, dann wird die Luft, sagen wir mal, doch sehr trocken. Und darüber habe ich mir diesen Luftbefeuchter gekauft. Eine kleine Infestition. So, jetzt fangen wir an. Jetzt schauen wir mal, was wir da alles haben. So, wissen Sie, in der Früh, ich bringe daheim ums Verrecken nichts runter. Es ist mir einfach noch, wie soll ich sagen, es ist mir zu früh. So, was haben wir denn? So, jetzt schafft es heute. Da sehen Sie es wieder. Da sparen Sie am falschen Fleck, weil Sie immer diese 16 Ampere Sicherungen reintun. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. So. 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 Vielen Dank.